Liebe Trommelschüler, liebe Freunde und Interessierte, meine lieben YouTube-Fans, ich möchte euch danken. Ihr seid eine Inspiration für mich. Ich liebe es wirklich sehr, mit euch zu trommeln und es ist mir eine große Ehre, dass ich mit euch gehen darf und den Verkehrspolizisten spielen darf, in dem großen Trommel-Chaos. Es ist mir ein echtes Vergnügen, mit euch zu sein. Ich bin gerne da und ich wünsche euch eine wunderschöne Weihnachtszeit und ein großartiges 2023. Ich freue mich riesig drauf, riesig. Mein 2022 war schon großartig und nun 2023. Auf viele neue Rhythmen und dass die bisher gezeigten und gespielten Rhythmen noch mehr Tiefe bekommen und Stabilität. Ich grüße euch alle von Herzen. Ich bin Inge Gutmann. Ich wünsche euch ein wunderbares 2023. Oh ja ja ja. Oh ja ja ja. Oh ja 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 ja. Mit Feuer, mit Ekstase, mit großartigen Rhythmen, mit noch tieferer Liebe, weitreichender Liebe, mit Freundschaft, mit guten Jobs. Ich bin Inge Gutmann.